Die Prämierung Deutschlands Beste Arbeitgeber ist die Königsklasse hier für uns Great Best to Work in Deutschland. Man stelle sich vor, in diesem Jahr haben 840 Unternehmen sich dem Benchmark Great Best to Work unterzogen. Sie haben ihre Mitarbeitenden repräsentativ und anonym befragt, wie sie es dort erleben und von diesen 840 Unternehmen stehen heute die 100 Besten auf der Bühne. Eine besondere Auszeichnung und auch für uns als Great Best to Work ein besonderes Ereignis, zu sehen, wie nachhaltig diese Unternehmen tätig sind. Ich würde Great Best to Work empfehlen und auch mitzumachen, weil es auf der einen Seite so etwas ist wie ein Gesundheitscheck, den man einmal im Jahr macht, wo man sich von Kopf bis Fuß, Herz und Nieren untersuchen lässt und dann auch entdeckt, gibt es irgendwo noch Zipperlein, gibt es irgendwo Probleme, an denen man arbeiten kann. Und so ähnlich ist es eben auch mit der Great Best to Work Zertifizierung. Auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit, ganz viele andere Unternehmen, die auch sehr gute Arbeitgeber sind, in Deutschland kennenzulernen, sich mit denen zu vernetzen und wirklich von den Besten zu lernen. Ich kann jedem Arbeitgeber nur empfehlen, bei Great Place to Work mitzumachen. Man bekommt eine tiefe Transparenz ins Unternehmen rein, in die jeweiligen Bereiche, in die jeweilige Tiefe der Fragen und kann dann gemeinsam mit den Mitarbeiter- und Führungskräften ansetzen, sich weiterzuentwickeln und sich weiterzuoptimieren und für zufriedene Mitarbeiter zu sorgen. Man lebt vom Benchmark. Natürlich macht Great Place to Work eine Analyse für uns, für unsere Stärken, für unser Verbesserungspotenzial. Aber natürlich fließt ein, was man an anderen Unternehmen sieht. Und so wie es in anderen Industrien für die Top-Performers der Industrie ist, ist der Benchmark innerhalb der gleichen Industrie, aber auch innerhalb einer anderen Industrie immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es lebt davon, dass viele mitmachen. Es lebt davon, dass viele Spitzenunternehmen mitmachen und dann sozusagen als Facilitator durch Great Place to Work voneinander lernen können. Was ich noch besonders toll finde, ist, man kommt in ein Netzwerk von Menschen. Ich habe so viele interessante Menschen schon kennengelernt auf den verschiedenen Veranstaltungen, auf Seminaren, bei Great Place to Work, in irgendwelchen Roundtables, wo wir zusammensaßen. Great Place to Work macht ja auch viel im Unternehmen, da auch zu unterstützen und zu begleiten. Und mittlerweile haben wir so ein tolles Netzwerk, wo man auch mal einen Personaler anrufen kann und sagen kann, Mensch, was macht ihr denn da? Wir haben die und diese Themen und wir sind uns unsicher. Und das ist etwas, was ich unglaublich wertvoll finde und was eigentlich jedem Unternehmen nur helfen kann. Und das ist eine Seconda Sache. Das ist eine Szene. Untertitelung des ZDF, 2020